Das war eigentlich richtig stinksauer, aber dann habe ich das meiner Mutti geschickt und die hat geschrieben, dass es gut war und dass es verstanden hat, auch als Nicht-Stapler-Fahrer. Und dann habe ich mir gesagt, naja, wenn die Mutti sagt, ist okay, dann können die mich mal, ne? Also ich meine, mehr kannst du im Leben nicht erwarten, als das Mutti sagt, passt. Ja, so wird es vermutlich sein. Nein, ist das nicht so? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Aber deine Mutterscheibe ist auch halbwegs vertrauenswürdig. Ich glaube, wichtig, dass man selber sagt, es passt. Na, ich bin der Geilste, das weiß doch jeder. Na gut, man hat es auch geklärt. Warte mal, wo ist denn meine... Hä, warum ist denn meine Karte jetzt rechts? Meine Karte ist nach rechts. Ist dir getrunken? Meine Karte ist jetzt rechts, warte mal. Guck mal in den Optionen. Ich weiß, es besser ist, aber ich will es nicht so haben. Wo kann ich das ändern? Vermutlich bei Optionen. Ja, ich bin bei Optionen. Vermutlich irgendwo bei... Optionen. Optionen. Kammerazum, Kammeraführung, Helden, Auswahl, Einfache, Hintergrund für Mini-Karte, extra große. Du musst mal sagen, was passiert, ich bin hier gerade im Linkspunkt. Ah ja, Mini-Karte auf der rechten Seite anzeigen, das machen wir raus. Da müsstest du eigentlich schon erledigt sein. Ah. Eigentlich schon. Viel besser. Mein Gott, Walter, ich war schon so erschrocken. Da wollen die mich jetzt zu irgendwelchen schnödeligen Verbesserungen zwingen, ich hasse sowas. Schießt den Error irgendwann, der hat jetzt Damage. Das war zu früh. Ich hab verkackt. Ich hab voll verkackt. Riecht wie die Döds, die du bist. Oh, das war knapp. Tja, jetzt hängt der hier unten rum wie Hundeeier und wir haben einen Anti-Major-Line oben. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Auf einer Skala von 1 bis 2. Spuckt der mich an, hast du gesehen? Das muss ein Franzose sein. Bam! Hau dazu mit seinem Hämmerchen. Ja. Attack! Schade, dass wir die nicht bekommen haben. Ich hab den Error einfach viel zu früh geschossen. Das war töricht. Hm, gescheit. Oh, das ist knapp. Ander Team. Soll ich dich hinein? Nein. Ich würd's tun. Alsoh. Soll ich mich nicht. Ich würde schon mal angehen. Ich glaube, es wird das noch nie. Ich würde jetzt nicht nachvollziehen. Ich würde dann meine billingen, wenn ich dir nicht mache. Ich würde mich nicht nachvollziehen. Ich würde aufhören. Die Brille. Und dann. Alles ist in der Runde. Die Brille ist begeistern. abholt holt nicht bankiert boots ja muss da irgendwie weg da kommen sie sie kommen mich zu holen bis zum möglich tot krass wie lange man langsam ist eine kurierter kurier er ist tot jetzt sterbe ich ja auch noch oder was was für ein alberner das gibt es doch gar nicht das ist auch eine schwimmende troll kombo hier ja 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 Hmm. Good idea. Dive! Leap forward. Agreed. Forward by balance. Stop! I am not ready. Forward, Cron. Da müssen wir auch schon tief in die Trickkiste greifen, ja. Good bad, man. Eigentlich hat alles getroffen, aber trotzdem lebt der Pisser noch. Thank you, Commander. I am not ready. I am not ready. I am not ready. I am not ready. Right? Mm-hmm. Yes. To the battle. Die Preise ist viel! Starfall! Die letzten Kriege. Das ist's. Ich muss die Pinen, sonst sterbe ich. Du musst die erst hinter Gold nehmen. Das macht der Braune. Okay. Puh Das sind nur so nervige Helden da oben auch und dann in der Mitte nochmal so ein richtiger Fucker fürs Late Game Ich bin zu Fuß Ich brauch noch ein bisschen Ich geh mal kurz weit gucken Hier ist Venom Leih, ich bin mir durchgefahren Hat jetzt auch schon Boots Jetzt haben wir alle Boots Sehr schlecht Ich bin mir Ich bin mir Ich bin unter Attacken! Schöner Aro Oh gut Ich hab kein Mana Ich hab hier vielleicht vorstür Wir machen dem jetzt Angst Wir machen dem nicht Angst zu laufen Du musst jetzt einfach weg Ja, sei leid Naja ist gut Wir haben es doch komischerweise nicht gesehen Obwohl das Wort da eigentlich steht Das Problem ist, dass der vier Hits kriegt Unabhängig davon, ob der Grimstroke kommt Und dann sterben wir einfach Das ist das Problem Wir kriegen ja nicht mehr Gekillt Ja Eigentlich Wenn du jetzt auch nicht mehr da bist Macht es wahrscheinlich eher Sinn, dass ich anfange zu rotieren Rotiere Kannst gern mal Mitte ganken, ja Wenn ich den Creepy noch wechseln Dann verbisse ich mich Wohl 926, die Rune warte ich noch ab Ja Die Fernseite in der Mitte geht was gerade Oh, ich mach das Ulti ein und mit gechased Ja 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 Die Strukturen Die Strukturen sind fortiert Die Strukturen Das ist verbreitet Zwei 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 Bis rein. 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 Ah. Hm. Du hast blit. Du hast blit. Um. Bestes 해외. To the battle. Agreed! Vorsicht da Da war es, ne? Da war es, ne? Die hässliche ist hier Und mein Blinkdagger Das war doch so lange zu sehen Wie kann das passieren? Es ist ne Stunde zu hören Es ist ne Stunde zu sehen Und der lässt sich von dem Ding hin Sehr traurig Ja, lass es abhauen Komm jetzt Ah Das ist ne Stunde zu hören hab ich gezuckt ist kein mal eigentlich ich würde mal wieder zurück in die base gehen okay klar Ich hab kein Ulti. Die liegt hier. Vorsicht. Vorsicht. Oh Gott, der kann dem entkommen. Aber ich krieg den. Sehr gut. Ich hab das nicht so geschafft. Madness. Madness. Oh. Deine Barschung-Tower ist unter der Tat. Radiant Stroschers sind auf dem Weg. Ja, wenn die Windrangerin mit Monkey King Bar eine DD im Fluss findet, kann uns nichts besseres passieren, als wenn die Gegner so dumm in die Zeiten. Ja, vielleicht sollten wir einfach wieder gehen. Ja. So langsam. Ja, das Problembeginn, wenn die auf die Idee kommen, zu fünften unterwegs zu sein. Das haben die alles schon mal schon einzeln gemacht. Good idea. Yes. Forward, pet. Get her while you can. Just keepin' it loose. Forward, bybound. Gold ist da. Wo soll ich mitbleiben? Ich bleib mal bitte. Ja. 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 Jo. Ja. 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 Ich gebe mal viertes Gold. 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 Gold und Gold, oder? Ich gebe mal. Ich gebe mal viertes Gold. 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 Sie können jetzt stark sein, wo sie immer anders steuert. Hä? Was ist der Venom da oben? Boah, ist der stark! Na ja, ihr habt Licht an, ihr müsst hier jetzt... Recht mich! Recht mich! Da oben ist glaube ich noch ein Wort drauf, wenn da irgendjemand hinkommen würde. Wenn es nicht... Ich denke nicht, wenn es nicht geclared wurde. Jemand, der wenig Abzielenzeit auf Flink hatte, könnte hochgehen. Aber man könnte so viel, denke ich, nicht. Wo ist eigentlich der? Na, nicht übertreiben, Dana. Sind hier nur für die Ökonomie. Ja, und ab und zu nur ein kleiner Venom, aber sonst eigentlich nur für die Ökonomie. Oha! Von vorne ist es gestorben. Äh... Sieht die alte auf, Kyle. Weiß ich nicht, das Gift hat mega viel Schaden gemacht. Ich weiß aber nicht warum. Oha! Weiß ich nicht, das ist nicht so. Es heißt, wir sind hier... Wir fahren... Okay. Tja. Was ist für dich? Bin ich ganz happy mit meinem Cloaker Flam. Ist das die Dealing? Okay. Sorry. Hier unten den Grimstroke snacken. Oh, den Blink hatte ich noch nie. Wann kriegt man da drinnen aus dem Brett, ey? Naja, deswegen musst du einfach nur raus ran aus dem Kack-Ulti. Das ist so übel. Ich dachte, ich kann den, aber kann ich nicht. Na, ich brauche Creeps. Fünf tausend Leben, aber mach keinen Tausch an. Warum seid ihr eigentlich alle nach da hoch gerannt? Ist da irgendwas? Stolz, und wir haben die Boards hier weggemacht. Ah ja, wir kommen jetzt wieder. Ist in der Mitte denn überhaupt irgendwas da? Ja, ich. Achso, okay. Reicht das nicht? Ja. Ich muss da weg. Das ist krass, was der Zentaur auf einen Schaden machen kann, wenn man den bisschen umspielt. Wirfst du jede Sekunde das Gift zurück vom Typen? Äh, was? Ich werfe kein Gift. Ich werfe einfach Schaden zurück, wenn ich angegriffen werde. Genau, und das Gift, ist das jedes Mal ein Schaden, der zurückgeworfen ist? Nein, weil es kein Angriff ist. Gift ist Gift. Jemanden vergiften ist kein Angriff. Okay, gut verstehe ich. Ich mache einfach mega viel Schaden mit einem anderen irgendwie. Mit einer riesen Axt? Ja, das könnte ein Argument sein. Machen wir uns jetzt vor, diese Axt wird auch Schaden machen, wenn sie stumpf wäre. Ja. Okay. Stell Finishing, bevor das Spiel abfricht, weil die es nicht zu Ende bringen wollen. Die Sandwiches. Veno hält hoch für uns die Fahne. Weiß gar nicht, was es bringt, aber sei auch egal. Ich schreibe mal GT und ich schreibe auch Valid Blade. Das hätte eigentlich... Das waren gar nicht viele Kills, aber es war eigentlich...